Mein Name ist Rolf Leischer, ich bin Pilot und Stationsleiter hier vom Rettungshubschrauber Christoph 11 in Villingen-Schwenningen. Wir haben die Nachtschicht schon begonnen und sind auch gerade mitten im ersten Einsatz. Wir haben die Besonderheit bei Christoph 11, dass wir mittlerweile seit vier Jahren der einzige Rettungshubschrauber sind in Baden-Württemberg, der rund um die Uhr fliegt. 6.0, dreht 200 zu stabil, take off. Die Feuerwehr ist alarmiert, ich habe Anfahrt. Hast du den Feuerwehrmann hier? Das passt. Also er sagt auch Rund? Ja. Okay. Mit unserer Fliegerei, die natürlich Spaß macht, für mich persönlich tun wir natürlich auch was Gutes, indem wir Menschen retten können, Menschen helfen können. Christoph 11, vergiss es mit der Landung. Es geht weiter, Sturz eines Radfahrers Bauern Christoph 11. � und ist es für die